so was das ist ein geist okay geist brauchen wir jetzt nicht unbedingt ein bisschen was auf der strecke stehen geblieben hier oben das gefängnis ist auch nicht ganz ready dann die forschungsräume sind auch noch nicht so ganz durch lily kümmert sich um die alpakas sehr schön wir wollen ja nicht dass da was schief geht mit denen das da immer wie gesagt nur ewig anhören meeresfrüchte suppe echt habe ich noch nie gehört was ist das also als meeresfrüchte sind weiß ich brauchte mir jetzt nicht unbedingt erklären aber im meeresfrüchte suppe weiß ja einfach nur die tl die meeresfrüchte dann da rein oder wie ich glaube ich baue ich hier die küche die jetzt momentan da steht ich glaube die baue ich hier oben hin die wird umgebaut ich kann es mir jetzt ja eigentlich leisten im prinzip steht ja alles es ist jetzt nichts da wo ich jetzt mega aufpassen müsste gefahren haben wir auch nicht so wirklich vorbei ja gut wo hat schon gesagt wir sollten uns eigentlich so ein kampfbunker aufbauen vielleicht sollten wir das wirklich auch noch in bewegung ziehen so harley ist nicht mehr ein arbeitsfrausch arbeitet also nicht mehr ganz so schnell wie vorher so die lily die braucht doch jetzt hier noch warme klamotten könntest du ihr das nicht jetzt mal rasch fertig stellen jetzt ist fertiggestellt lily deine jacke ist soweit so jetzt möchte ich aber nichts mehr hören doch steht immer noch warme kleidung wird benötigt die außentemperatur wird minus 15 grad erreichen wofür temperatur ist immer bei minus 9 also wir sollten da schon noch mal ein bisschen was investieren schutzhose ja vielleicht können wir da noch mal was machen wenn wir jetzt hier jacke ist der staubmantel das kann der so 10 und 15 der staubmantel 10 und 15 ach jetzt warte mal ja das bisschen doof dass man da nicht besser durch wühlen kann von einem item zum anderen ja der mantel ist schon besser zumindest das wieder was die hitze angeht weiß geil wie ist denn das jetzt eigentlich wenn dann quasi winter vorbei ist legen die jetzt dann die klamotten da rein in die komode ich meine dafür bisher eigentlich irgendwie auch gebaut ne wo schon mal ich habe hier ein gutes bett gebaut doppelbett aus holz status gut sehr schön so lily hat nichts zum tun das kann ich mir beim besten will nicht vorstellen geht spazieren ok wenn die lily jetzt gerade nicht so viel zu tun hat dann forschen ist sie nicht so gut schneidern ja schneidern könnten wir sie noch machen lassen ja so seit schneidern oder wenn sie gerade eh nichts so zum tun hat was ein bisschen schneidern und wobei da hat sie jetzt exit ja auch nicht so viel zu tun wir haben immer noch sonnen aber warte mal die sonneneruption die ich schon längst vorbei das war quasi nur der hinweis für das event selber dass wir das mal hatten die sonneneruption ok verstanden so teiler forscht wieder dann machen wir jetzt mal am gefängnis weiter kommen dass wir da was noch machen auch wenn was wahrscheinlich nicht brauchen irgendwie habe ich das gefühl dass da heute keiner mehr kommen wird machen wir ein bett auf stahl es ist ja trotz allem eine gefängnis zelle wir haben eine stahltür wir haben marmor mauern ich wollte jetzt keinen stahl für die mauern noch verwenden stahl ist ja auch an sich ja sehr kostbarer rohstoff sollten wir jetzt nicht so verschwenderisch damit umgehen dann gibt es einen stahltisch einen stahlstuhl alles aus stahl du bekommst auch eine blumentopf aus holz der wird aus holz den stellen wir dir mal hier hin so unwerten zusammenbruch warum was los gestörter schlaf zweimal okay und leichte schmerzen die attraktivität sieht auch nicht so gut aus aber das kann man auch alles ändern vielleicht sollten wir hier auch einfach mal den boden etwas hübscher machen kann man auch machen sollte auch viel dazu beitragen was haben wir denn so rumliegen so zufälligerweise sandsteinbrocken da mal granitbrocken granit 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 wir haben sehr viel granit rumliegen dann mal aus sandstein ein bisschen da noch mal granit wir haben sehr viel granit kommen dann machen wir hier einfach granit platten dann wird das hier fällt auch ein bisschen hübscher wir können haben aber vielleicht auch gleich noch fackeln hin dass da auch ein bisschen licht ist jetzt machen wir die kolonie mal ein bisschen hübsch schau mal jetzt kann ich dir hier auch trainieren dass sie mit angreifen also dem meister folgen theoretisch theoretisch so was haben wir hier grisibär hengst puma geist hutan ja muss auch trainiert werden schildkröten waschbären dann kann kannst du da auch mal ein bisschen trainieren zwei untätige kolonisten sag mal was denn da los warum haben wir untätige kolonisten und der joker der könnte jetzt ja auch der jetzt ein revolver in der hand der könnte jetzt auf jeden fall da auch mal ein bisschen jagen gehen fällt dabei da brauchen wir jetzt kein handwerk als auch nicht okay dann wird es quasi einen der jetzt noch nicht so beschäftigt ist das hört sich doch mal an hier da gibt doch mal einer gas so hier wird vielleicht sich wieder zubereitet sieht es dann aus tiefgekühlt die ware verdirbt nicht das ist auch sehr gut und wer möchte jetzt hier bauen von euch alle vier könnten theoretisch bauen aber warum macht sie es nicht ah warte mal die brauchen die brauchen jetzt natürlich die granit blöcke und ich weiß jetzt auch warum keine marmor blöcke hergestellt werden das auch schon wieder durch ist ah jetzt haben wir das mal alles gehört sie wundern mich die ganze warum machen die da nichts aber ich habe ja nur gesagt sie sollen einfach zehn einhalten bauen und dann ist rum ums eck also müssen wir das natürlich auch wieder ein bisschen auffüllen dass sie da mehr herstellen ja da brennt es ein bisschen joker schläft wieder die harley meditiert noch ein bisschen und zusammenbruch wieder beide lieben hier ja klar immer noch gestörter schlaf zweimal wann läuft das ab beginnt in fünf stunden abzulaufen ja zeit wird dann ist das hier oh nein oh nein jeder weibliche kolonist spürt eine welle von angst und wut eine weit entfernte maschine des hasses rührt sich sie projiziert über einen orbital verstärker ein psychisches brummen an diesen ohren auf einer frequenz die scheinbar nur das weibliche geschlecht erfasst die stimmung einiger kolonisten wird sich über die nächsten tage deutlich verschlechtern die stärke des psychischen brummens ist schwach das ist aber schlecht für unseren joker der hier quasi der hahn im korb ist denn er ist ja im prinzip der einzige mann in der kolonie wir haben noch drei weibchen dabei das wird ziemlich hart hier oder müssen wir aufpassen das könnte gefährlich werden das wird glaub ich auch gefährlich shit da müssen wir aufpassen das müssen wir eigentlich sofort priorisieren dass das hier nicht abgefackelt wird da müssen wir jetzt echt aufpassen joker du bitte auch ah das ist so doof ich muss das jetzt hier jeden einzelnen anklicken dass der sich da mal drum kümmert ja halt warte da ist doch noch ein bisschen was ah perfekt ok 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 super danke harley das hat geholfen damit dürften wir hier doch relativ safe sein ne weil die brände die breiten sich hier natürlich schon ein bisschen aus vorteil natürlich wenn da irgendwo ein tier ist das fällt dann um das können wir dann ganz easy einfach aufnehmen und schlachten nachteil natürlich wenn das ding unsere kolonie erfasst dann haben wir ein problem aber zum glück hat er hier jeder durchaus den willen hat das ist jetzt aber vielleicht nicht ganz so klug sich da direkt neben das feuer zu legen erforschung abgeschossen der recurve bogen ist hergestellt sehr geil sehr geil dann machen wir doch mal weiter mit was lohnt sich denn jetzt eigentlich im prinzip können wir jetzt hier voll austoben glaube ich oder was ich möchte wir haben ja von batterien schon gehört ich glaube batterien das wäre vielleicht wirklich keine so doofe idee lass uns die mal erforschen dann ist das hier automatische tür ah ok öffnen sich automatisch um ein verzögerungsfreies durchgehen zu ermöglichen so ja ich glaube wir überleben es ich glaube wir überleben es die chancen stehen ja gar nicht mal so schlecht so batterie wird auch wieder im chat geschrieben ja mach mal kein ding so das feuer haben wir gelöst gott sei dank ja zum glück habe ich halt da geschalten dass wir hier das rasch abgearbeitet haben wurde ja auch am anfang des rooms im chat kurz erwähnt dass ich doch da bitte zwei blöcke frei machen sollte sonst könnte sich unter anderem durchaus das feuer ausbreiten also auch nochmal vielen dank für den tipp an der stelle aber ich muss schon sagen das macht hier unheimlich laune auch wenn wir im moment sehr 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 wenig von der geschichten erzähler ki haben aber gut vielleicht meint die das ja auch nur gut mit uns und verschont uns hier mit absicht so ein bisschen dass wir ein bisschen uns mal noch mehr mit dem spiel befassen können immerhin haben wir heute doch noch mal ein bisschen was herausgefunden so ein bisschen auch experimentieren können das kannst du ja normalerweise nicht wenn du permanent gefordert wirst so das hier wird gefängnis wir eigentlich mit teil noch irgendwo irgendwo bestimmt aber holz haben wir auch noch da direkt beim bären immer gut beim bären vorbeizulaufen oh die lichthufe ist trächtig der lichthufe kommt da jetzt eine baby lichthufe raus trächtig zweites trimester bewegung minus 15 prozent diese kreatur bringt nachwuchs zur welt sie wird gebären wenn die schwangerschaft ihren höhepunkt erreicht hat wenn sie verhungert oder verletzt wird kann es zu einer fehlgeburt kommen das dürfen wir auf keinen fall zulassen lilly du wirst jetzt sich hier sehr 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 doll um lichthufe kümmern und das wird dann schattenhufe das wird dann schattenhufe sehr geil cool wenn wir das heute auch noch erleben dürfen wir können mal ein bisschen schauen wie geht es eigentlich joker und harley da kann man jetzt auch mal ein bisschen reingucken da haben wir ein bisschen vernachlässigt haben wir auf jeden fall interessante gesprächsthemen hatten ein ähnliches gespräch über den terrorismus jetzt wissen wir auf welchem weg die aussieht also so geil einfach nur wenn du den leuten einfach irgendwelche namen gibst und irgendwo ist dann echt mal was treffendes dabei wie jetzt hier harley und joker hatten ein inniges gespräch über terrorismus hier sollten wir also wirklich aufpassen dass da alles mit rechten dingen zu geht ja das ist ja echt auch was aber ist geil halt einfach wie passend das so ist so wo ist feuer 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 joker harley das habt doch ihr verbrochen jetzt oder so geil wie sie das hat einfach nur auspusten ist so witzig gemacht einfach ah hier unten dasselbe los das ist nicht im heimatgebiet darum kannst du das nicht löschen willst du mich jetzt hier eigentlich okay ich habe nichts gesagt okay so heimatgebiet boah ja shit da müssen wir echt aufpassen mit den blitzen ich habe jetzt ein auge hier drauf sobald das hier eskaliert muss ich sofort löschen ah ne okay hat sich von selbst erledigt Lichthufe Lichthufe geht es noch gut jawohl sehr wichtig da müssen wir jetzt echt aufpassen Lichthufe der darf nichts passieren drum haben wir sie auch eingepfercht damit sie super safe ist und ja schattenhufe oder was wild kautier was ist denn das jetzt für ein name wild kautier hm ah klingt jetzt nicht so schön wie schattenhufe ich glaube wir bleiben bei schattenhufe so und ich suche jetzt mal nebenbei wieder so ein bisschen da haben wir auch noch einen tutan rumliegen der könnte auch mal abgeholt werden ich suche sogar ein bisschen metall haben wir das noch da da ist noch ein fox den man verarbeiten könnte also das hat das spiel ja schon sehr sehr gut mit uns eigentlich gemeint ne tatsächlich wir haben viel metall bekommen immer wieder ich weiß zwar nur nicht mehr wo das hin ist links sehe ich es nicht ich sehe hier nur bauteile wahrscheinlich ist das auch schon wieder verdorben das metall das kann natürlich sein wir können metall auch selber herstellen oder es hier auch gewinnen da hier stahlreste wenn das abarbeiten dann kriegen wir da was raus können wir das gefahrlos machen dann schauen wir gleich mal ich immer noch sandstein gold erz oh geil es gibt gold erz ja also ich spiele das spiel wirklich noch nicht sehr lange sind jetzt vielleicht in der sechsten oder siebten stunde da haben wir auch noch mal stahlreste also es gibt noch viel zu entdecken von meiner seite aus aber da das arbeiten wir mal ab schauen wir mal was da rauskommt ob das gleich zu verarbeiten das stahl wäre oder ob ich das hier nochmal weiterverarbeiten muss jetzt haben wir erstmal die marmorblöcke fertiggestellt damit ist jetzt der forschungsraum hier endlich fertig und dann kann sich hier jetzt um granit gekümmert werden ah geil jawoll jetzt hier wird auch endlich das hier mal zugebaut sehr schön dann wird das hier doch auch gleich mal ästhetischer hey willkommen zurück ttf das war wohl kurz was hast du gemacht hast du rasch was essen oder boah das wäre eine idee oder maragma haha der große c kehrt zurück ähm ne aber ich glaube also das erste kind wird schattenhufe das finde ich eigentlich ziemlich geil und das zweite ja das zweite könnte maragma werden ähm so